Siehst du mich? Ich guck mal. Ich bin am Flugzeug. Ah, okay, okay. Host antwortet nicht, stand da gerade. Host antwortet nicht. Ja, er hackt gerade hier ein bisschen wieder. Ach, Mann. Aber immer zum Anfang hier. Louis, beruhigt dich, na endlich. Mein Gott. So, ach, da jetzt sehe ich dich ja. Da hinten irgendwo bist du. Ich bin gerade wieder am Sammeln. Ich starte mal eine Aufnahme hier. Ja, mach mal. Ich starte mal eine Aufnahme hier wieder. So, und damit wieder herzlich willkommen zum Let's Play The Forest. Wieder mal im Multiplayer-Projekt mit Swizzaya. Aber die ist da hinten irgendwo. Ich bin im Flugzeug und räubere aus. Nein. Ja, Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Forest mit SAF Gaming. Hallo. Der schwimmt hier im Teich. Boah, wo bist du denn da hinten? Oh mein Gott, jetzt bin ich ganz alleine. Wenn mich jetzt ein Kannibale kriegt, bist du schuld. Ich komm schon. Ich blute. Opa. Bin schon auf dem Wege. Na ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe Aua gemacht. Das ist nicht gut. Wenn du blutest, solltest du dich auch waschen gehen, weil es gibt nämlich Infektionen. Was, wo soll ich mich denn jetzt? Ja gut, wir gehen ja gleich eh schwimmen. So, guck mal, da sehe ich dich doch. Oh. Herrlich. Du bist wieder da. Oh, schön. Oh. Gut, ähm, was wollen wir machen? Ähm, zum Schiff, du wolltest doch zum Strand, Schiff. Ich habe, ähm, habe ich jetzt schon? Ich habe die Seile, ja. Haben wir das alles? Guck mal nach, bei dir, ob du auch hast? Ne, ich habe gar nichts. Gut, dann sollten wir doch mal dahin. Ich habe überhaupt nichts. Weil, ähm, wollten wir nicht auch am Strand jetzt da unsere Basis, äh, aufmachen? Ja, definitiv. Aber ich glaube, wir können hier kein Wasser für den, äh, für unseren Topf nehmen. Oder ich gucke mal, ob das hier geht. Hab ich nicht den Topf? Hab ich den Topf? Ja, ich habe auch einen. Echt? Ich habe auch einen. Ja, weil ich, ja, ich habe den auch gar nicht mehr. Ich habe gar nichts mehr bei mir. Uh. Nein. Mein ganzes Inventar ist, äh, außer das, was ich gerade geräubert habe. Hm? Ja, dann gehen wir gleich nochmal da vorne. Der war ja hier direkt hier vorne, also. Das ist nicht weit von hier. Aber wir sollten echt hier vielleicht irgendwo bauen, weil da vorne ist eh der kleine See. Und, ähm, dann haben wir das alles. Ja, gut, lass uns mal erstmal zum Boot drüber, ja. Ja, brauchen wir Schildkröten? Ne, du hast da die Panzer und das alles, ne? Ähm, ich habe, ja, ich habe einen Panzer, kann ich mitnehmen. Ja, weil ich habe, wie gesagt, ich habe gar nichts mehr. Okay, ja, das ist natürlich doof. Dann müssen wir dich jetzt komplett neu ausrüsten. Wenn ich jetzt gleich auf dem Boot bin, speichere ich erstmal direkt. Genau, da musst du einfach runter und da ist dann das Bett. Was denn? Das ist ja cool. Ich ersaufe hier gerade irgendwie. Ja, ich auch. So. Na, ich komme nicht hoch. Hallo, 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 hallo. Oh Gott, oh Gott. Springen musste. Oh Gott. Oh Gott. Das Spiel will mich töten. Ich gehe da ganz schnell rein. So, wo speichern? Bett, ne? Genau, da einfach gerade aus, genau. Oh, ich habe gespeichert. Oh, oh, oh. Gott sei Dank. Oh, Kassette, nehme ich mit. Ich weiß nicht warum. Nimm alles mit. Nimm das Gasflasche. Das sind, ähm, ja, Sauerstoffflaschen. Genau. Ich kam gerade nicht drauf. Ja, ist nicht schlimm. Jetzt können wir wieder ein Foto angucken. Ja. Tollen Teddy auf dem verlassenen Schiff mit Blut. Ja. Albtraum, hoch 10. Und ne Milch. Oh mein Gott. Ja. Warst du hier unten schon? Ja, ja, klar. Da liegt was. Ja. Das ist der blinde Passagier. Oh mein Gott, ich habe gerade so einen Mutanten, glaube ich, auf dem Bild. Ja, das ist, ähm, die, ähm, was ist denn das? Spinne, was weiß ich. So, nun, ich gehe da jetzt nicht mehr hoch. Ja, nee, musst du nicht. Ich habe ja drei, drei Seile habe ich. So, also Basis aufbauen und ich denke mal, wenn es Nacht wird, am besten dann wieder hier aufs Boot drauf, ne? Genau, genau, genau. Das ist am besten so. Okay. Hat das Spiel eigentlich auch ein Ende? Ja, hat's. Hat's? Cool. Ja. Und das heißt, wir sind gefressen worden, oder wie? Nein, nein. Wir kommen auch nach Hause. Echt? Ja. Das ist ja geil. Ich will ja jetzt hier nicht spoilern. Doch, Spoiler. Desto besser kann ich das spielen. Ja, auf jeden Fall, es hat ein Ende, also. Was die Schildkröten da machen, sieht nicht schön aus. Ja, das ist halt ein Dreier, ne? Ach, ich, ich brauche Fleisch. Ich habe kein Fleisch, tut mir leid. Tut mir leid, ich habe kein Fleisch. Gönn dir. Oh, die wackelt noch mit dem Kopf und ich hülse aus. Oh mein Gott, ich bin so abartig. Na, einen kann er da. Du gehst auch noch mehr. So. Wenn du eine Vögel bekommen, tust du nimm ruhig mit. Das sind nämlich Federn, die kannst du gut gebrauchen für deine Axt. Die kann man ja noch verbessern. Ach. Mhm. Boah. So, dann lass uns mal schnell den Töpfchen wiederholen, ne? Für dich. Die geht nicht tot. Ich komme. Müssen wir noch mal gucken, wo das hier war. Nee, da nicht. Wir müssen hier lang. Dinge, 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 Dinge. Aber um nach Hause zu kommen, müssen wir jetzt hier nicht die ganzen Häuptlinge töten, oder? Nein, nein, nein. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Aber wo war denn das jetzt hier? Hm. Hm. Sind wir schon wieder zu weit gelaufen? Das war doch hier jetzt irgendwo, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Orientierungssinn wie... Weiß ich nicht. Hm. Ich finde mich nur in Städten zurecht, nicht in Wäldern. Ich glaube... Wo war denn das? Oh je, oh je, oh je. Brauche ich denn den Topf? Reicht das nicht, wenn du einen hast? Ja, eigentlich schon, klar. Ich meine, ich denke, wir finden den bestimmt, wenn wir hier noch ein bisschen hier durch die Gegend klatschen, später, irgendwann. Ja, genau, definitiv. Ähm, wo wollen wir unsere Base jetzt bauen? Direkt am Strand? Ich würde sagen, direkt am Strand, weil dann haben wir schon mal eine, äh, eine sichere Zone hin, also da, wo das Wasser ist. Genau. Gut, dann... Würde ich jetzt sagen, wir können aber auch da hinten weitermachen, oder wo du möchtest. Ne, ich finde das schon ganz praktisch hier unten. Also würde ich es jetzt auf jeden Fall machen, wenn das jetzt echt wäre. Irgendwo am Strand hier so, irgendwie so, weiß ich nicht, hier so zwischen den Viechern, zwischen den Haien hier. Oder so, ich habe keine Ahnung. Oder da hinten, oder... Also ich würde sagen, vielleicht hier und einmal hier so rumbauen erstmal, weil schwimmen können die doch bestimmt nicht, oder? Ähm, doch, ich glaube, ein paar können schwimmen. Können wir eigentlich die Haie auch essen? Ne, den Kopf kannst du aber... So, dann baue ich mal unser... unser Häuschen. Cool. Oh mein Gott! Am besten... Hier. Ich habe dir ein Geschenk gemacht. Oh scheiße. Oh Gott. Guck mal, dann baue ich das hier hin. Siehst du das Häuschen? Ah, Moment. Ich muss mir gerade wieder meine Axt holen. So. Ach so. So, Häuschen sehe ich, ja. Wunderbar. Wunderbar. Neun und... Boah. Ja, 89 Stück. Also wolltest du erst Häuschen und dann später irgendwie so einen Zaun oder so, ne? Genau, ja, ja. Erstmal Häuschen halt und dann bauen wir hier einmal so ringsherum den ganzen Wall. Okay. Dann müssen wir jetzt Holz sammeln gehen. Genau, gut, 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 gut. Machen wir. So, ich nehme mal den direkt hier. Können ja auch erstmal ein paar Bäume schlagen und dann das ganze Holz einsammeln. Oh, ich habe Hunger. Ich muss schnell was essen. Gönn dir eine Schildkröte. Ne, ne, die muss ich erst braten. Bestimmt, müssen wir nicht auch noch ein Feuerholz-Ding da... Ja, ja. Das müssen wir auch gleich da machen. Oh, mein Gott. Aber zu zweit geht das alles wesentlich schneller, ne? Ja, auf jeden Fall. Also alleine macht zwar auch Spaß und so, aber wenn man da mit Mermann dran ist oder das der zweite, dann ist das schon echt praktisch. Na, was ist los? Geht doch. Kann man nicht hier so ein... Wo rufe ich das auf? Da. Kann man nicht auch so ein Teil bauen? Ich habe das, glaube ich, mal in einem Let's Play gesehen, wo man diese Holz... Ach, wie heißen die? Diese Baumstimme lagern kann? Ja, so einen Schritten kann man bauen. Ja, soll ich die mal bauen? Ja, dann musst du in dein Survival-Buch gucken. Habe ich schon. Ich bin schon schnell. Super, cool. Cool, dann kann ich nämlich die Kleinen auch noch nebenbei sammeln und dann... Ja, genau. Oh, ganz viel Holz. Ja, ja, ich... Ich klaue die mal und bringe die mal schon mal hin? Ja, ich hacke in der Zeit hier weiter. So. Huch! Irgendwie habe ich das Gefühl, du willst mich töten. Nein, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, jetzt gerade das mit dem Baum vorhin hast du mich gehauen. Nein. Um Gottes Willen. Aber wir müssen nicht in so eine Höhle rein, oder? Machen wir das nicht. Was heißt hier noch? Noch? Huch, huch, huch. Ach so, so wird das... Aha, jetzt verstehe ich das erst. Okay. Okay, 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 okay. Die, 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 die. Jetzt mal ganz hier strüppchen weg. Der Vogel. Cool, ich habe Fleisch und... Was ist das? Oh, schon wieder ein Stein. Ich gehe kaputt, ey. Immer diese Steine und das Problem ist, ich kriege die da nicht, ich kriege die da nicht... Och, jetzt habe ich Feuer angemacht. Ach, also mit der Controller, mit den Tastenbelegen, das müssen sie noch mal machen. Ja. Ich habe manche Sachen doppelt. Wenn ich zum Beispiel meine Axt holen will, dann mache ich auch automatisch das Feuerzeug an. Echt? Das ist ja doof. Ja, ein bisschen brauchen wir hier noch. Hm. Ich würde auch sagen, dass gleich auf jeden Fall mal einer... Ich weiß ja nicht, wie schnell es Nacht wird. Gleich mal vielleicht nochmal rüber geht, speichern. Ja, wir können auf dem Boot speichern. Ja, ja, dass wir auf jeden Fall... Nicht, dass das gleich weg ist, wenn wir da die ganzen Bäume schon fertig haben. Ja, und das auf jeden Fall. Obwohl, wenn ich ja rausfliege, kannst du ja eben schnell speichern gehen. Ja, das... Ich glaube, den können... Hoffen wir mal nicht. Nö, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was gerade los war. Ich habe... Also ich bin echt zufrieden. Meine Aufnahme geht hier eigentlich. Bei mir läuft so an sich auch. Alles super. Ich habe keine Probleme gehabt. Und dann auf einmal, zack. Ja. Bei mir ist es immer nur halt das Lacken gleich am Anfang halt immer so. Und wenn ich kämpfe. Wenn nachher ganz viele kommen, dann lackt das auch ab und zu mal. Ja gut, das hatte ich vorhin auch. Oder hier auch, wenn die... Wenn ich jetzt hier immer wieder hin und her laufe, dass dann ein Hai erst später erscheint. Und dann hakt das auch mal kurz. Aber es ist, glaube ich, auch ein Alpha, ne? Ist das hier, ne? Ähm, ich weiß gar nicht. Also das ist noch nicht fertig, das Spiel. Nee, fertig nicht. Es kommt ja immer wieder neue Updates da und... Hm. Also sowas. Ich habe letztens im Internet gelesen, ähm, dass das wohl bis jetzt, also das... Hallo? Das beste Survival-Spiel sein soll, das es gibt. Ja, ist halt Minecraft für Große, ne? Aber Minecraft kann ich gar nicht spielen. Also da kann ich mich nicht mit anfreunden. Nee. Ich mag das auch nicht so. Ich meine, ich gucke es gerne bei anderen so, aber selber spielen... Soll ich, ähm, macht es Sinn, hier ein Lagerfeuer hinzubauen? Klar, natürlich. Gut. Wir müssen ja irgendwie mal kochen. Ähm, da, nee. Oh Gott. So? So, hoch, 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 hoch. So, einfaches Feuer, Leuchtfeuer, Lagerfeuer. Aha. Lagerfeuer, ne? Genau. Ich packe das mal direkt hier vor die Tür. Ja, ja. Also. So. Es wird so langsam dunkel. Ja, ich gehe mal schnell rüber, speichern mal. Ja. Sollten wir nicht allgemein die Nacht da hinten verbringen? Ja, dann, genau. Dann, ja, Moment. Ich packe die beiden noch hier hin. So, und dann lassen wir schnell. Bevor sie hier gleich kommen und uns auffressen. Ja. Sicher, sicher. Finden wir denn unseren Sohn eigentlich auch wieder? Hm. Wer weiß. Ah, das ist fies. Ja. Ja. Das ist halt das Ende, ne? Na. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt wird's dunkel. Ja, oh mein Gott. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommen die Haie. Ehrlich? Ja, ich weiß. Also, ich hab noch nie einen hier gesehen. Kannst du das nicht sagen, wenn ich auf dem Boot bin? Musst du das sagen, während ich noch am Schwimmen bin? Ich hab das auch nur gehört. Ich hab das noch nie gesehen, dass hier einer kam. Gott sei Dank. So, erstmal direkt speichern, ja. Hab ich auch. Oh, schön. Noch können wir nicht schlafen, ne? Ne, wir müssen noch ein paar Minütchen warten. Mit einer Leiche hier im... Hm, ich weiß nicht. Naja. Einmal kurz gucken, was ist denn da... Oh, guck mal, der Baum da hinten, der leuchtet so komisch. Wo? Da, hier, hier, hier. Ach, da? Ich seh das nicht. So weit gucken kann ich nicht. Durstig, ich muss was trinken unbedingt. Na, ja, ich hab noch ein bisschen, aber... Ah, ich weiß nicht. Soll ich trinken, soll ich nicht? Ich weiß nicht, ich lass erstmal noch. Jetzt bin ich aber... Jetzt hab ich mich ja vorhin verletzt, ne? Und war jetzt im Meer schwimmen, aber... Ja, jetzt bist du sauber, ne? Jetzt bin ich sauber, gut. Und wie krieg ich mein Leben wieder? Indem ich einfach wieder esse und trinke? Genau. Oder Medizin halt. Du hast ja, ähm... Stimmt. Ja, gut, aber das... Wenn man eine Infektion hat, ne? Nur, oder? Ja, wenn du halt vom... vom... vom Einwohner auch hier angegriffen wurdest, oder? Hm. Dann geht das auch. Ein bisschen müssen wir noch warten. Hm. Hm. Schade. Kommen wir nicht aufs Bett. So. Ach, was eine... Was eine schöne Nacht. Ja. Herrlich, oder? Ja, wunderbar. Könnte mir nichts besseres vorstellen. Auch die Sterne, das ist echt geil. Ja, ne? Ich auch. Guckst du eigentlich zeitlich auf die Uhr wegen den Episoden, oder schneiden wir einfach? Ja, also wenn das jetzt zu lange dauert, dann schneiden wir, ne? Ja, weil ich hab da jetzt auch keine Lust, jetzt jede halbe Stunde dann immer so einen Cut zu machen, weil ich bin froh, dass es gerade klappt, ne? Ja, genau. Können wir jetzt schlafen? Ich geh mal gucken. Ja, gleich. Gleich ist es soweit. Na, ganz kleines Stück noch. Ja, du mach schon. Jetzt. Juhu. So, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, sehr schön. Guten Morgen. Guten Morgen. So, ich trinke jetzt erstmal was. Ja, trink mal was. Weil das ist jetzt gerade wichtig. So. Jetzt brauche ich nur noch, jetzt mache ich das Lagerfeuer gleich fertig, weil ich brauche auch einen Happen essen. Und juhu. Eigentlich ist das taktisch schon sehr gut, was wir machen. Ja, ne? Finde ich auch. Ich habe gesehen, man kann auch Fallen bauen. Ja, kann man auch. Oder Dekorationen, wo man die dann da dran hängt. Ja. Kann man auch. Ui. Hast du das auf Deutsch gestellt? Ja. Okay, weil ich habe nämlich, dass es jetzt Deutsch ist, kam mir erst beim Update jetzt mit rein. Und ich habe das nämlich noch auf English. Oh, eine Schildkröte, Fleisch. Ach ja, genau. Wir könnten direkt mal mit der Schildkröte mit dem Panzer hier bauen. Was kriegt man noch mal mit dem Panzer? Ähm, ein Trinkwasser. Also dann brauchst du das nicht mehr abkochen. Sondern du kriegst das direkt als Regenwasser halt. Dass man das trinken kann. Ah. Ich stelle den mal hier hin. So. Zack. Okay, cool. Gut. Wenn es jetzt immer regnet, dann füllt sich die Schüssel da und dann haben wir bald. Also, Steine kann ich jetzt nicht mehr sammeln. Ich brauche jetzt was anderes. Große Steine kann ich auch nicht sammeln. Ich bin steinmäßig bestimmt voll. Ja, ja. Das kann sein. Dann gucken wir noch ein Foto an. Ich sammle mal nebenbei noch die kleinen Sticks. Ja. Ich mache wieder mit den Baumstämmen weiter. Ja, ja. Ich mache jetzt hier die Bäume weiter. Ich fange mal jetzt hier an. Das ist halt doof, dass wir jetzt alles runterschleppen müssen. Aber, oh Gott. Ja, gut. Aber ich finde es jetzt an sich ist es ein sicheres Ding. Also, wir müssen mal gucken, dass wir den Zaun auf jeden Fall so bauen, dass da hinten, wo dieses kleine Stückchen noch frei ist, wo man zum anderen Strand drüber könnte, dass das auf jeden Fall zu ist. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ich weiß ja nicht, woher die alle kommen oder so. Boah, unterschiedlich, ne? Schauen wir mal. Wenn das jetzt echt wäre, ne? Also, wenn du jetzt wirklich hier so gelandet wärst und all sowas, würdest du dich genauso verhalten, wie du das jetzt tust, oder? Boah, ich weiß nicht. Also, ich meine, so ein paar Sachen kriegt man ja sowieso immer, immer mit, ne? Jetzt hier, wie man sich draußen ein bisschen verhalten. Ich meine jetzt zum Beispiel, dass man nicht das Meerwasser trinken kann oder dass man es abkochen muss und all sowas. Ich meine, das kriegt man ja mit. Gut, kein rohes Fleisch und am besten natürlich keine Pilze oder Beeren, die man nicht kennt, ne? Ja, genau. Aber, ich meine, wenn da jetzt wirklich so Kannibalen wären oder sowas, würdest du auf die Idee kommen, die wirklich ins Feuer zu werfen, um Knochen zu kriegen? Ne, das glaube ich nicht. Also, das ist schon ein bisschen... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich würde erst mal ein paar Tage auf diesem Boot verbringen. Ja. Und, äh, weiß nicht, vielleicht gucken, dass ich das wieder flott kriege oder so. Keine Ahnung. Ja. Motor bauen. Irgendwie, ich weiß nicht. Im ersten Moment wüsste ich gar nicht, was ich tun sollte. Ja, das ist normal. Außer mich halt in Sicherheit zu bringen. Ja, erst mal, ne? Irgendwie gucken, ne? Gut, wenn du natürlich auf einer Insel bist, Wasser ist immer perfekt. Ja, definitiv. Oh, ich muss die ganze Zeit immer, ah, hier den Stick runterdrücken. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie es heißt. Ja. Ah, es geht voll in die Hand. Uhala, es hakt ein bisschen. Ich glaube, ich stelle bei mir gleich die Sichtweite mal ein bisschen niedriger. Ich habe die auch... Ja, ich musste bei mir auch alles runterhauen. Ja, ich habe die bei mir auch volle Lotte, aber irgendwie merke ich, dass das mit dem Nachladen dann immer so ein bisschen... Ich mache das mal eben. Ja, ja, mach mal. Dass das so ein bisschen dauert. So, wo bin ich denn? Moment. Gameplay, nee, Grafik. Sichtfeld da. Achso, das ist das Sichtfeld. So. Ja, guck mal, nur noch 39 Stück. So. Gucken, ob das was gebracht hat. Bäume. So viel ist es ja nicht mehr. Na, geht. Damit müssten wir eigentlich heute fertig werden. Oh, ich bin K.O. Ein bisschen Hunger hat er. Und Durst. Ein bisschen Hunger ist gut. Ich habe auch... Ich mache jetzt auf jeden Fall... Wir müssen das Feuer... Nein, das haben wir schon fertig. Genau. Ich glaube, ich lege mal gleich was auf den... Ja. Ich wollte gerade sagen, auf den Ofen. Ja. So. Ich mache mal schon mal an. So. Wir können Geldscheine verbrennen. Das ist ja interessant. Ja, kann man auch. So, wie lege ich das jetzt da drauf? Ähm, wahrscheinlich wieder Menü, ne? Genau, die Decke. Also, ne? Deine Crafting-Decke öffnest du und dann... Obwohl, ne, du könntest doch eigentlich direkt am Feuer... Kannst du doch wechseln, ne? Ich habe jetzt schon draufgepackt. So. Ich mache mal gerade Fleisch. Fertig? Ja, ich sehe. Das wäre die Aufgabe der Frau, ne? Kochen. Das ist so typisch. Ja, naja. Ich mache es auch. So ist es nicht. Ich finde das sowieso jetzt auch allgemein ein bisschen blöd, immer so Mann und Frau in gewisse Rollen zu schieben, ja? Oh ja. Das ist... Ich hasse sowas. So, wir können das jetzt essen. Ich esse gerade was. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viel Fleisch draufgelegt. Weil ich kann das so nicht runternehmen. Ich kann das nur essen, ne? Ja, ja. Genau, du kannst das nur essen. Ich weiß, dann habe ich zu viel draufgelegt. Ja, ist nicht schlimm. So, wenn du noch was essen willst, dann komm ran. Das macht voll fun, ey. Ja, ist schon cool, ne? Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ja, da musst du schnell ins Wasser gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da warst du zu doll ans Feuer. Verbrennt das Fleisch auch? Ne, ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht. Ich hatte das auch schon mal ein bisschen länger drauf, aber jetzt nicht so lange. Das liegt auf jeden Fall. Was kannst du nehmen, wenn du willst? Ja, ich komme gleich. Ja, mein Gott, jetzt hackt doch den Baum hier ab. Endlich. So. Dann nehme ich mal direkt schon mal ein paar Baumstämme mit. Wie viel brauchen wir? 29? Ich habe keine Ahnung. Siehst du das nicht unten bei dir? Ach, da. Ja, da gucke ich gar nicht. Ach so. Ja, wir brauchen noch 29, genau. Jetzt brauchen wir noch 27. Stimmt. Ich habe das gar nicht im Notizbuchbereich hinzufügen. Ah, jetzt sehe ich das erst alles. Ich gucke da gar nicht hin. Ich bin die ganze Zeit nur immer auf meine Gesundheitsanzeige am achten. Ach, das bist du. Ich habe mich jetzt erschrocken. Ich dachte, wer kommt denn da jetzt mit einer Axt angerannt? Nee. Ich dachte, du wärst da hinten noch. Ich habe auch ein Stück gegessen, aber das wird schwarz, ne? Habe ich gerade gesehen. Ja. Dann nächstes Mal nicht so viel drauflegen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, hier haben wir gut Nahrung. Die ganzen Schildkröten sind ja hier. Die kommen ja immer wieder. Mhm. Das ist ganz gut. Ich glaube, das ist doch das Einfachste, was du kriegen kannst. Ja. Definitiv. Also selbst der Lurch, der ist ja so schnell manchmal. Und dann gibt es hier noch einen Hase. Also Hasen gibt es hier. Ja, Vögel. Ich habe vorhin eine Möwe erledigt. Ja, genau. Da kannst du halt die Federn direkt mitnehmen. Die sind immer ganz gut. Für was braucht man die so ungefähr? Du kannst ja einmal deine Axt, die du jetzt auch hast, die kannst ja kräften, also halt verbessern, ne? Dass die schneller und stärker wird. Da kannst du einmal mit den Zähnen von den Einwohnern nehmen. Oder du machst die schneller mit Federn. Aha. Ja. Gott. Du hast aber dein Survival-Buch. Da ist das hinten auf den letzten Seiten. Da siehst du das auch nochmal alles beschrieben. Achso, ja gut. Ja, da habe ich bis jetzt noch nicht so viel reinkommen. Ich muss mal gleich gucken. Wenn wir das fertig haben, was man alles so machen kann. Ja. Ja. Hast du noch einen Baumstamm? Da. Holla. So, 15 Stück noch. Naja, müsste ich... Den haue ich noch ab und dann müsste es eigentlich passen. Na? Wie oft hast du das Spiel schon durch? Richtig durch habe ich es einmal nur. Achso. Oh, oh, oh. Wo ist er? Da. Hast du ihn? Ja, hier sind zwei Stück. Aber die hauen ab. Ich komme mal. Ne, jetzt kommt er her hier. Sag, wenn du meine Hilfe brauchst. Ne, alles gut. Boah, die sind so komisch laut. Man weiß gar nicht, woher das kommt. Hm, das ist echt... echt mies manchmal. Okay, der eine ist abgehauen. Ja, das Essen ist jetzt schwarz. Kann man das trotzdem essen? Das ist jetzt die Frage. Ja, also man muss aufpassen beim Essen, dann kann nämlich die Energieanzeige weggehen, also die Gesundheitsanzeige. Ich muss mal ein bisschen langsamer laufen. Gerade wenn es dann auch schlecht ist oder so. So, haben wir hier oben noch was? Ja, hier ist noch was. Hm, hier ist noch einer. Sieben Stück noch. Ich habe zwei. Du hast zwei, sind vier. Hier ist noch einer. Fünf. Och, zwei Stück nur noch. Ja, die hole ich jetzt. So. Drei Stück noch. Zwei sind da oben, ne? Also ich habe hier noch einen in der Hand. Ach, einen, okay. Anderen habe ich jetzt nicht gesehen. Ich gucke mal hier nochmal, ob hier noch irgendwie was liegt. Doch, hier liegt noch einer. So, einen einzigen brauchen wir nur noch. Ein einziger. Nanu. Das kann es doch nicht geben. Müssen wir doch noch einen Baum fällen. Da bleibt uns wohl nichts übel. Oh, da hast du eigentlich noch. Oh, hallo. Du hast gerade schon wieder. Bin hier gerade Kleine am Sammeln. Nee, mehr ist hier nicht, ne? Nee. Gut, dann, dann, ähm. haue ich den Baum hier um. Okay, so, ich kann nichts mitnehmen von denen. Warte ich jetzt, bis du da umgehauen hast und dann... Ja. ...nehme ich direkt wieder mit. Mach. Los. Obwohl, ich kann ja da hinten das jetzt da zumachen. So. Jawohl, so. Oh, dieses Lager ist auf jeden Fall auch fertig. Ja, perfekt. Was ist mit ihm hier? Ist er... Also dieses Fleisch, ne? Das hält sehr lange an. Ja, ne? Das ist echt gut. Achso, das war noch gar nicht fertig, ne? Ich bin schon gewundert. Hä? Nein, ich will das ablegen. Wie lege ich die denn ab? Ähm, mit C, glaube ich. Ne, ja, bei mir geht's ja anders. Naja. So, dann hole ich noch den einen da. Einen hole ich noch. Einen, okay. Und dann haben wir das Lager auch fertig erstmal. Okay.